Herzlich Willkommen bei der Trompete. Das Schöne an der Trompete ist für mich der helle, klare, strahlende Ton. Die Trompete kann man bei uns an der Musikschule Rosenheim ab einem Alter von ungefähr 8 Jahren lernen. Den Ton erzeugen wir auf der Trompete, indem wir Luft durch die angespannten Lippen blasen und sie so zum Schwingen bringen. Wenn man das ins Mundstück macht, klingt das ungefähr so. Und durch die Trompete entsteht dann der klare Trompetenton. Weil wir bei der Trompete eigentlich nur drei Ventile haben, ist der Tonvorrat an sich relativ klein. Wir können aber auf jedem einzelnen Griff eine ganze Reihe an Naturtönen spielen. Und so weiter. Das machen wir mit unserer Blastechnik. Um die Blastechnik zu trainieren, müssen wir natürlich regelmäßig üben. Wenn man schon ein bisschen Trompete spielen kann, gibt es hier an der Musikschule die Möglichkeit, mit anderen Schülern zusammen zu musizieren. Das geht zum Beispiel bei den Bläserschlümpfen oder in anderen kleinen Ensembles. Die Trompete ist in nahezu jedem musikalischen Bereich einsetzbar. Das geht von Barock über Klassik, große Symphonieorchester, Blasorchester, über die Volksmusik bis hin zu Rock- und Popgruppen. Die Trompete ist in nahezu jedem musikalischen Bereich einsetzbar. Ich wünsche euch noch viel Spaß in und mit der Musikschule Rosenheim.